Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nipper Speed Heat hier auf meinem Kanal. So heute schauen wir mal was so an Rennen ansteht. Vielleicht ja er kann da mal was. Gucken wir mal was noch an Tagrennen gibt. In den letzten zwei Folgen hat man ja das Problem mit diesem Offroad Rennen aber das haben wir dann so gut gewonnen. Schauen wir mal wie es uns heute geht. So was haben wir da an neuen Rennen? Grifftrial Jetzt bist du den Stirb haben wir schon gemacht. Was ist das? Was soll das sein? Timetrial Könnte man eventuell machen Trifftrial Ah, es ist noch nieder. Was machen ich da in meiner Angst? Da hätte man noch ein Offroad Rennen an. Würde 17.000 bringen. Ne, da brauche ich zuerst noch vernünftige Teile fürs Auto. Tja, es ist noch gesperrt. Tja, es ist noch nieder. Tja, dann... Tja, dann... Tja, egal. Mach mal... Mach mal gleich die Driftrennen. Tja, ist ja egal. Tja, es ist noch nieder. 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 Das war's für heute. 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 So, das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das schaffen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Das war jetzt grottenschlecht. Das wiederholen wir. Das war jetzt. Das war jetzt. Das ist das falsche Fahrzeug. Das war jetzt. 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 Das mache ich. Das mache ich. Das war jetzt. 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 Akeee Ja, no, mein Schuppa! Und schon wieder, halt das wieder! Ja. So, gerade mal so geschafft. So, schauen wir mal in den nächsten. Nein, Trifftrillen lassen wir. Das ist nicht gut. Trifftrillen lassen wir eigentlich. Da muss ich wirklich noch viel, viel mehr üben. Das ist nicht gut. Ah, Mist! Du fährst jetzt rechts ran und bleib deine Straße. Genau hierfür bin ich kaputt. Das ist nicht gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020